Das ist das Klickhölzchen. In diesem Klickhölzchen befindet sich eine Gummiöse und in diesem Gegenstück ist ein Widerhaken und mit diesem Widerhaken werde ich versuchen die Gummiöse zu kriegen. Ich versuche es nun. Oh, ich spüre ein Gegenstück. Aha. Okay, ich versuche es noch einmal. Der Widerhaken. Die Gummiöse. Nun die Lösung. Achtet genau auf meine Finger. Nun müsste es euch klar sein, wie der Trick funktioniert. Verratet es aber nicht gleich weiter. Viel Spaß beim Üben. Bis zum nächsten Mal.